Ich habe eine traurige Pflicht zu erfüllen. Vor kurzer Zeit hatten wir im Saarland zu Gast und er war auch zu unserem heutigen Empfang eingeladen, von mir persönlich, weil er auch einige Dinge recherchiert und gemacht hat. Und wie mir jetzt vor zwei Stunden mitgeteilt wurde, ist Udo Ulfkotte nicht mehr unterrangs. Er ist heute tödlich verunglückt, wie im Netz gemeldet wurde. Deshalb bitte ich euch, da ihr auch eingeladen wart zu unserem Empfang, gleich bei einem Gespräch, bei einem Kameraden in Homburg, wo sehr viele da waren. Der Gastgeber dort in Homburg ist auch heute hier. Und habe ich ihn persönlich gebeten, auch zu unserem Empfang zu kommen, gegebenenfalls auch ein paar Worte hier zu sagen. Und es wurde mir jetzt in der Pause mitgeteilt, dass er tot ist. Und wer Udo Ulfkotte kennt, was er alles auch bei dem Vortrag in Homburg uns erzählt hat, und dass er Angst hat, dass man ihn beseitigen möchte. Das hat er dort auch in seinem Vortrag gesagt. Da bitte ich euch, alle zu erheben. Und wir gedenken auch logischerweise allen Kameraden, die nicht mehr unter uns sind. Und ich bitte so lange stehen zu bleiben. Und ich bitte so lange. 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 Und ich bitte so lange.